Hören wir doch mal alles mit hier noch. Aua. Alter, Parasauren. Ja, eine ganze Menge. Lauf. Lauf. Scheiße. Lauf. Bola. Bola. Lauf doch, da sind fünf Stück hinter dir. Ich bin Bola. Lauf. Lauf. Scheiße, die sind doch schneller wie wir, oder? Nein, lauf. Hallo und herzlich willkommen zurück. Warum pfeifst du jetzt hier zu Arx Survival Plus? Der Smitty, der steht da drüben. Ist aber der mit dabei? Hallo. Hallo. Und der hat sich auch ein Hütchen gebaut. Ja. Da steht es. Schmucke Stück. Ne? Das erste, also meint es ja noch ein bisschen besser aus, aber... Das war auch schon mal nicht schlecht. So. Machen wir eine kleine Tour. Machen wir eine kleine Tour. Ach, du wolltest erst mal eine... Was? Eine Workstation bauen, oder was? Eine Worktable. Ach, eine Worktable, natürlich. Aber wofür der so gut ist, weißt du noch nicht. Ähm, ein bisschen. Okay. Darin kann ich zum Beispiel die Pfeile herstellen. Ach. Wunderbar, ja. Na, na. Genau zum Schießen. Nötigen wir die Pfeile. Stell dir mal hier, ne? So, knall mal erstmal da. Oder wirst du woanders in der... Nö, baller doch mal da hin. Oh. Der ist ja... Ist ja recht schlicht gehalten, ne? Ja, so eine vereinfachte... Äh, so ähnlich wie eine Werkbank, würde ich jetzt mal schätzen. Strukturen. Ja, genau. Da kann man eine Shopping Station drin bauen, schon mal. So. Und Komponenz. Genau, ich könnte zum Beispiel jetzt die Pelzrüstung, hatte ich schon mal erlernt. Die kann ich jetzt zum Beispiel herstellen. Wenn wir Pelz einfach mal finden. Ah, ja, okay. Ich kann jetzt bis jetzt nur die Zutaten, die ich auch gelernt habe. Hier den Flint, den Bone, den Geschärften. Und die... Äh... Shopping Station. Bone. Habe ich wahrscheinlich noch nicht genug für gelernt. Kann ich denn auch schon Pfeil und Bogen? Ähm... Ich glaube, es war jetzt erst... 16? Ja, kann ich. Das sollte ich mir, glaube ich, auch mal aneignen. Kostet ja auch nicht so viel. Oh doch. Elfter Bogen. Also Bogen habe ich schon fertig. Darfst du gerne mal aus dem Work Table rausnehmen. Oh, sehr gerne. Pfeile werde ich mir trotzdem mal antun. Dafür brauchen wir auch die Arrow Shafts wahrscheinlich, ne? Davon habe ich jetzt schon mal wieder hergestellt, nebenbei. Okay. Dann lasse ich den Bogen erst noch mal weg. Ich, äh... Ja, danke. Nehmen wir mal einen mit. 80 haben wir jetzt hier. Jetzt bräuchten wir nur noch mal Fasern. Hup, habe ich auch schon. Feder bräuchten wir jetzt noch mal. Ja, da war ich ein ganzes Teil. Dann können... Also wenn du 80 mitbringst, dann können wir schon mal 80 Pfeile für jeden 40 herstellen. Ach, eine Feder nur? Eine Feder bauen wir nur, genau. Geht ja. Ein... ...Root Arrow Shaft, eine Faser und... Und... Oh, bitteschön. Bitteschön. Da war, dann stellen wir noch mal 80 her. Gleich mal unterwegs ausprobieren, ne? Ja. Das läuft ja. So, die 6. Wohl. Gucken, ob unsere Tiere genug Butter drin haben. Das passt. Das passt ja noch. Ich würde gerne schon fast mal die Schildkröte machen, aber ich weiß nicht, ob unsere 80 Dinger dafür ausreichen. Frage. Ja. Ein Level 100 ist schon... Kann schon was. Wohl warm. Lassen wir mal darüber gehen, wo die... Wo wir die Eier gefunden haben. Weißt du noch, schnell ein paar Sachen in meinem... ...Kopf. Ja, na klar. Sollte wahrscheinlich auch was hier lassen, falls wir nicht mehr zurückkommen, aber... Ja, nach diesem Grund. Beziehungsweise schneller zurückkommen, als uns lieb ist, wenn wir einfach hier porten müssen. So. Schauen wir mal, was hier so im Dunkeln rumschleucht. Jetzt nicht viel. Die ist auch immer sehr ruhig. Schauen wir mal, Schildkröte, die ist neu. Die ist 130. Es wird ja immer üppiger hier. Mann, nur Meter. Vielleicht sind ja in den Nestern mittlerweile was. Ja. Schlendern wir doch nochmal dran vorbei. Das hier ist leer. Andere leider auch. Bei mir ist ein Dodo, da könnte ich schon mal gucken, wie viel Schaden der Bogen macht. Der versteckt sich im Busch, der Hund. Oh, 105. Noch greifen. Okay, nicht schlecht. 105. Pfeile wieder einsammeln. Sind teuer genug. Naja, es geht. Mit dem bisschen, was wir hier haben. Jetzt habe ich auch wieder Federn aus dem Dodo gekriegt. Ja, mal gibt es welche, mal gibt es keine. So, ich hatte mal so ein Sommerfell drauf, mal so ein Winterfell. Oh, dann Pelzmantel an. Geht das ein Bronto? Jetzt haben wir doch Pfeile. Das musst du noch ein paar herstellen, bis wir... Oh, da, ich sehe ein Nest mit einem Ei. Aber dieses Mal kein großes, sondern ein kleines. Was haben wir denn da Schönes? Ich behalte mal lieber alles im Auge von hier oben. Äh, vom Dillo. Hätten wir hier ein Eichen. Äh, Level? Bestimmt, ne? Ähm, warte. Da kommt der Dillo. 50. Da kommt er. Ja, da ist, der ist aber auch nicht freundlich, du. Hast du mitgenommen schon, das Ei, oder was? Nein, noch nicht, deswegen ja. Achso. Du schaust. Äh, ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Boah, ich sehe nichts hier im Dunkeln. Oh, ein Zeichen. Verfolgt da übrigens ein Dillo. Äh, hinter dir ist noch einer. Was? Irgendwie noch zwei gewesen. Doch, jetzt sind beide gebollert. Alter. Das hat aber ein bisschen gedauert. Wo ist der andere? Ähm, hier kommt der nächste. Ja, ist hin. Aua. 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 Bollen immer lieber. Wo du dich aus der Hose hebt. Ah, ich hab nichts gesehen. Aua. Ups. Ich hab gebaut, das Vieh. Junge, sind die lästig. Passt dabei drauf, egal? Ja. Ja. Ja, ich hab, naja. Bisschen was habe ich noch, aber. Jetzt können wir auch auf jeden Fall mal das Ei mitnehmen, ne? Jetzt auf jeden Fall. Ah, schreit er mir ins Ohr hier, der Penner. Zieh dich. So. Ei hab ich jetzt. Gut. Du darfst dir eigentlich kein Dilloes mehr da sein. Habt alles uns eingehundert. Hier nochmal kurz lang. Quasi weiter weg von zu Hause. Oh, 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 hier. Guck mal hier. Oh. Parasauren. Zwar auch nur 45, aber. Ja, schade ja nix, ne? Gehen wir doch mal alles mit hier, ne? Aua. Alter. Parasauren. Ja, ne ganze Menge. Lauf. Lauf. Scheiße. Lauf. Bola. Bola. Lauf doch, da sind fünf Stück hinter dir. Ich will Bola. Lauf. Lauf. Scheiße, die sind doch schneller wie wir, oder? Nein, lauf. Du hast doch schon ein Ei mitgenommen, du Sack. Ja, zwei. Ehrlich? Ja. Oh. Okay, ich glaube, die verfolgen uns nicht mehr. Nee, ich glaube. Oh, ich komme nicht hoch. Die sind doch nicht mehr da. Oh, Gott sei Dank. Na, drei habe ich doch einen. Drei habe ich mir einstecken können. Na ja, gut, das reicht ja erst mal. Sag doch was, dann kommen sie zu fünft an, die Feigen. Hab ich gar nicht gesehen, dass die auf einmal da waren. Oh, die sind aber immer noch ein bisschen böse hier unten. Oh ja. Eins, zwei, vier, fünf oder sechs Stück sind es, ja. Oh. Na ja, eins ist über, dass es geht. Verleben. Alles klar. Dann bringen wir das gute Zeug mal zurück nach Hause, was? Das ist die Luai und das die Parasaurenteile. Das ist nicht so lustig. Nee, nicht. Komisch, komisch. Beim ersten Mal haben sie ja quasi nicht reagiert, als wir das letzten ergeräumt haben. Ich weiß nicht, auf einmal, äh, erstmal habe ich einen Knochenbruch hier und... Ich weiß doch gar nicht, wo die auf einmal herkamen. Was für eine Geschwindigkeit. Ich habe es dann gemerkt, als mir der Erste in den Arsch getreten hat. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ich denke, der hat doch wohl noch keine Eier da rausgenommen. Du brauchst... Beim Willow hat die auch keins genommen. Ich glaube, du brauchst dich nur dem Nest zu nähern. Das ist eigentlich schon nicht lustig. Das könnte sein, ja. Ja, das war doch mal ein kurzer, erfolgreicher Angriff. Ja, das stimmt. Die Eier müssen wir hier irgendwie noch reinbuddeln in das Ding. Ah, das ist voll. Die haben hier ganzen, äh, wet Clayballs hier drin. Ja, warte. Ich hole nochmal so einen zweiten Pott hier irgendwo. Irgendwo was. Ich nehme ja auch schon mal ordentlich schon was zu essen. Also. Ja, ich brauche auch wieder was. Ich stelle da mal noch so einen zweiten Pott daneben. Dann... Ja, Feuer dürfte noch Fisch gewesen sein, ne? Jetzt müssen wir nur mal diese Clayballs hier ein bisschen aufteilen. Sind die trocken? Ne, die sind wet. Bye. So, dann hätten wir jetzt ein bisschen mehr Platz. Schrotest du was weg? Ich meine auch, das ist doof. Ist ja auch sehr aufdringlich. Hast du noch Fleisch? Ne, ja. Jetzt habe ich nichts mehr in meinem Inventa. Also, rohes meine ich zum... Ne, rohes habe ich auch nicht. Du hast ja alles abge... Alles ist gut. Sieben Stück, du. Naja, aber jetzt ist ja auch noch ein bisschen was da. Ein bisschen Leder, ein paar Federn. Für das ist so ein kurzer Ausflug war, war es eigentlich in Ordnung hier. So, kann man nicht sagen. Die Eier da reinschmeißen? Äh, ja, genau. Das waren unsere Jungs. Oh, da geht es jetzt aber voran. Ja, 5,8%. Wie ich unserem Wider-Mann-Zelt über den Kopf stellen, wa? Oh, da ist ein bisschen schattig. Da schon nicht da ist. Die Lustreuer kann ich nicht in den Topf hier, in den Footstouch-Topf legen. Ist mir auch schon aufgefallen irgendwie. Entweder zu schwer, nee, ne? Ich habe es jetzt im Mörser getan. Da stürzt du erstmal keinen. Ja, ich schleppe mir auch schon eine ganze Weile eins mit mir rum. Ich habe noch Hühnerfleisch hier. Das kann ich nochmal hier Feuer werfen. So, wunderbar. Bis auf meinen Knochenbruch. Ich glaube, ich muss mal hier so ein... Immer noch ein Knochenbruch. So, wann die diese... Irgendwas gab es doch gegen Knochenbrüche, ne? Ja, ich glaube, ich probiere mal hier so ein... So eine Heid-Bandage. Ob ich die schon bauen kann. Weiß wohl leider nicht genau, wie die hieß. Ich probiere es hier mal mit Heid. A Heid-Bandage. Da. Okay. Ah, da ist er. Ich probiere schon eine Bone. Guck mal, ob das was bringt. Nee. Ähm. Na gut, steht ja drauf. Nicht the best... Not the best method to cover your injuries. Much better than none at all. Also, ähm... Aber das heißt gar nichts. Hm. Ah, siehste? Wenn man H drückt... Wenn du nicht im Menü bist... Ja, das ist dann dein... Dein Körper. Genau. Aber da siehst du bei dir jetzt, was du verlässt? Da seh ich jetzt bei mir in der Mitte, am Bauch quasi... ...ne Fleischwunde. Äh. Ich baue mir nochmal ein paar von diesen Dingern hier. Achso, ich kann das gar nicht benutzen, oder was? There's no wound. Okay. Wohl die falsche... ...falsche Bandage. Okay, die kannst du wohl Knochenbruch und auf... ...ne... ...oder? Can be used as a bandage. Ich weiß auch nicht, weil ich fiel weiter. Ne, die... Ach, hier oben. Bark wound cover. Okay, dafür braucht man Bark und Fasern. Ich will die nochmal ausprobieren. Mal eben. Haben wir da irgendwo Fasern? Äh, ja. Ja, in dem, äh, Table. Hm? Walk Table. Hm. Vielleicht kannst du ja nochmal versuchen, mich zu verarzten. Ja, hast du beides da? Ja, ich lasse das... ...schmeiß das mal hier eben hin. Aber ich kann irgendwie... ... kannst das bei mir wahrscheinlich nicht anwenden, oder? Verbrauchung. Ja. Nee, kann ich dir wiedergeben. Leider, nur. Kann ich auch nicht viel mit... ...stücken gerade. Na gut. Ob ich mit meinem Knochenbruch durchkomme... ...sehen wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. pumps Youtube. Achärsch. B�. Pasher. Auf Jess. Boann Test. Tobi. Poini pred. vet面. Vielen Dank.